whatever Herzlich Willkommen zu FIFA 14 Road to Division 1 wir spielen heute Juventus Turin gegen Dortmund und Dortmund stark direkt am Anfang Ja ich denke mal ich denke mal ich mache das soweit ganz gut mit FIFA und jetzt versuche ich mal hier ein bisschen in das Spiel rein zu kommen Cialini stark gegen Lewandowski Vidal Asamoah Tevez Schönlichsteiner Schmelzer spielt uns aus Tevez auf Pepe und Pepe steht im Absatz Gut das brauchen wir uns nicht anzusehen Boah Basagli stark Mucinic Boah Ich komme da gerade nicht ganz durch jetzt Gündogan Reus da wird Reus gefoult von Lichtsteiner unserem Rechtsverteidiger Schnell ausgeführt jetzt Tevez Vucinic Vucinic jetzt wieder Tevez Schlecht gemacht von Tevez keine Chance gegen die Abwehr Mkhitaryan Mkhitaryan Ah schön Basagli Pepe Basagli Schnell ausgeführt Duolo auf Vidal Boah Boah Cialini stark erklärt jetzt Bepe Vucinic Tevez Samoa Boah Schlechter Pass Azamoa Desigli schön geklärt Vidal auf Azamoa Azamoa Tevez Vucinic Pepe jetzt Ja kann man auch mal über außen spielen und dann auf die Flanke gehen und Lichtsteiner schon wieder ein Foul Zweites der geht ganz schön robust zu heute Böllo Nein Gündogan Reus Schmelzer Schwacher Pass Basagli stark geklärt vor Mkhitaryan Jetzt Vucinic stark stark der ist schnell aber da steht jetzt keiner und Pepe kann ihn nicht verwandeln beiden Fälle starke Parade sehr gut gehalten das Böllo mit der Ecke Traummann für sowas Azamoa Cellini klärt für Dortmund schöne Abwerktion für Dortmund Vegetarian Gisali Dings irgendwas Böllo Vidal Tevez auf Azamoa Azamoa stark Parade Weidenfeller Jetzt Böllo Auf Cellini und da ist das Ding 1 zu 0 Böllo mit der Traumecke auf Cellini Keine Chance für die Abwehr von Dortmund Hier nochmal der Kopfball Ja okay da hat keiner eine Chance So und da steht es 1 zu 0 für Juventus Jetzt Bischeck auf Blaschikowski Was kann Dortmund dagegen setzen Blaschikowski jetzt Blaschikowski Cellini stark Boah Vidal sucht da Vucinic oder Tevez ich glaube Tevez war das Boah jetzt Gündogan Starker Schuss Stark auch rausgespielt Vidal Vidal wieder Boah da steht Tevez im Abseits aber gut gesehen von Lichtsteiner Oh leider trotzdem Böllo mit dem Kopf sieht man auch selten Asamoah jetzt Asamoah Schick Vucinic und das muss das muss doch Elfmeter geben Es gibt Es gibt kein Elfmeter Unglaublich Jetzt Desagli Stark stark gemacht Cellini starke Abwehrleistung Lichtsteiner Lichtsteiner der kam nicht durch auf Tevez oder gibt es Freistoß Ne Abseits Abseits von Dortmund Vucinic starker Kopfball jetzt Vucinic auf Tevez der muss direkt schießen und er tut es gut der war gar nicht so schlecht geschossen in beiden Fällen auch nur hinterher gucken können die Slewandowski wieder schön Tevez Pepe und Abpfiff der ersten Halbzeit da war der schöne Schuss von Pepe stark halten in beiden Fällen ich habe klar mehr Ballbesitz im Moment Gott man kommt da wenig im Moment jetzt Vucinic auf Pepe Pepe Langerpass auf Vucinic der kommt früher fast an jetzt Pepe stark stark das ist Pepe wie wir kennen Vidal wollte da zu viel wird von Ball gedrängt Mkhitaryan jetzt Cellini starke Abwehr was macht Wovon da der spinnt doch von diesmal im FIFA echt nicht so Brille nur das Stellungsspiel ist halt genial bei ihm 90 Stellungsspiel das kann man eigentlich so als Mittelklasse Torwart nennen da wartet er wieder auf Vucinic Bolo verdrippelt sich da hat zu lang gewartet zum Abspielen Bersaglich stark jetzt Reus Mkhitaryan der steht aber im Abseits gibt da keine Chance irgendwas anderes draus zu machen noch Lisztsteiner knallt ihn nach vorne den Ball jetzt Gündogan Bender Plaschikowski Plaschikowski stark auf Piszczek das ist wieder Plaschikowski geht heute viel bei Dortmund über Plaschikowski jetzt Bender boah jetzt endlich mal ein Abschluss von Mkhitaryan aber Wovon hat da keine Probleme mit aber es war immerhin schon mal ein Annäherungsversuch jetzt Asamoah auf Vucinic Vidal verliert da den Ball gegen Bender und Cellini verliert den Ball Bersagli rettet Pepe rettet stark jetzt noch nochmal Lewandowski und Tevez Vucinic Vucinic auf Tevez der ist durch der ist durch der setzt sich aber nicht durch und der Subotic Unschmelzer in die Zange nehmen Wucinic war oben nochmal frei hat also mal zu spät reagiert jetzt die Sante Boah 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 da ist er drin nein da ist er nicht drin Pepe scheitert an den eigenen Nerven. 65. Minute, ich würde jetzt gerne mal Start drücken. Ich würde jetzt doch gerne mal auswechseln. Nein, ich kann nicht. Ich möchte eher Start drücken. Ich glaube, er möchte keinen Start drücken. Gitarren auf Bender. Ich drücke aber jetzt Start. Ich wechsle jetzt. Dann machen wir mal Tevez raus. Keine starke Leistung gegen Jovinko. Berlund müsste eigentlich raus. Ich lasse den aber mal drin. Asamoah. Zwar viel über den gespielt, aber fühlt mich nicht wirklich. Ne, komm. Tun wir die Zentralen mal raus. Okay, so gegen Berlund. Dann weiter geht's. Gut, Schinic. Jetzt langer Ball auf Tevez. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Tevez kommt da aber nicht dran. Schmelzer macht das sehr gut. Sehr, sehr gut von Schmelzer. Das ist Mkhitaryan. Aber man merkt, sie haben Probleme. Das stark gestaffelte Juventus, was aber auch sehr gut steht. Und jetzt Basakli haut ihn weg. Da gibt's einen Freistoß. Ich glaub für Dortmund. Ja, für Dortmund. Und da ist jetzt Aubameyang rein. Für Lewandowski. Ja, gut. Ein lascher Freistoß von Reus. Keine Sorge bei Buffon. Jetzt Markisio. Auf Juvinco. Der ist schnell. Der ist und Markisio und Weidenfeller. Starke Parade. Schöne Vorarbeit von Juvinco. Aber auch gut gehalten von Weidenfeller. Jetzt Markisio. Nee, Markisio macht die Ecke nicht. Die macht Markisio. Nee, Bebe macht sie. Bebe mit der Ecke. Basakli, Tor. Nein. Er köpft ihn drüber. Wow, ich hab jetzt echt gedacht, der wäre drin. Na gut. Pogba. Also mal. Wucinic. Wucinic ist durch. Wucinic ist durch. Und was macht Wucinic da? Und jetzt Bebe. Ah, Bebe wollte es mal versuchen. Total utopisch. Aber jetzt Reus. Keine Chance gegen Cellini. Stark gemacht. Jetzt auf Meketarian. Nein, Obermehring. Obermehring. DeSante lässt ihn da zum Glück durch. Einwurf. Juventus. langer Einwurf. Asamoah. Der muss sich durchsetzen. Tut er nicht. In Blaschikowski. Südab Blaschikowski. Bender. Cellini. Stark. Lewandowski. Boah, Buffon. Starke Parade. Jetzt Pepe. Pepe. Keine Chance dagegen. Obermehring. Pogba. Cevinko, Bogba. Grittsteins Leere. Und jetzt Reus. Obermehring. Obermehring. Hat er die Chance. Jetzt auf Piszczek. Piszczek. Stark. Blaschikowski und Cialdini. Juvenko. Stark macht er das. Ah, da kommt Fucinicic dran. Es ist zu spät im Spiel, um so einen Sprint anzusetzen. Jetzt Pepe und er ist drin. Nein, ist er nicht. Starker Schuss Pepe. Da kann Weidenfeller auch nur hinterher gucken. Jetzt 88. Minute. Ich denke mal, das ist gelaufen. Die ersten drei Punkte in Liga 9. Aber noch einen kleinen Weg vor uns. Jetzt Piszczek. Ich mache nochmal Druck. Da lässt sich Basagli aussteigen. Cialdini. Der ist drin. Lewandowski. Das ist 1 zu 1. Da war ich mir am Ende zu sicher. Und das nutzt Dortmund Eisköte aus. Ja gut. Pogba. Juvenko. Marquezio. Schlechter Pass auf Juvenko. Das war's. 1 zu 1 doch noch gespielt. Ich war echt am Ende zu sicher. Ich muss echt aufpassen. Ja, das war verdientes 1 zu 1. Hier noch die Spielebewertung. Ja gut. Cialdini. Klar der beste Mann auf dem Feld. Gut. Dann sage ich mal bis zum nächsten Part. Hier sehen wir noch die Punktetabelle. Ein Punkt. Na gut. Und wir sehen uns im nächsten Part von FIFA 14. Road to Division 1. Bis dahin macht's gut.